Wie bitte? Wie kommen Sie darauf, dass ich Ihre Mutter bin? Es ist doch absurd. Entschuldigen Sie bitte. Das war bloß... Vergessen Sie einfach, was ich gesagt habe. Ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Ich werde mich von jetzt an nicht mehr in Ihre Angelegenheiten einmischen. Entschuldigen Sie mich bitte. Luise! Maria hat Königsbrunn verlassen. Ja, ich weiß, ich habe sie noch gesehen. Und? Bist du jetzt zufrieden? Immerhin hast du sie unter Druck gesetzt, damit sie geht. Leonard, ich verstehe das nicht. Außerdem, Fauxpas mit der Halskette hat sie sich nicht zu Schulden kommen lassen. Warum hast du dich hinter meinem Rücken über sie erkundigt? Ich wollte nur wissen, wer sie ist. Was hat dich dazu veranlasst? Leonard, warum kannst du denn nicht einfach lockerlassen? Irgendwas muss doch da passiert sein. Ja. Ich weiß nur nicht, wie ich es dir sagen soll. Was? Ich glaube, Maria ist meine Mutter. Franziska? Franziska? Sag mal, hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Das ist doch absurd. Ja, ich weiß. Aber ich werde das Gefühl einfach nicht los. Deine Mutter ist vor vierzehn Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Danke, das weiß ich auch. Ich saß daneben. Wie kannst du denn so etwas behaupten? Bei dem Unfall habe ich das Bewusstsein verloren. Ich bin erst viel später im Krankenhaus wieder aufgewacht. Da war Franziska schon tot. Zumindest haben das damals die Ärzte gesagt. Soll das heißen, du zweifelst daran? Ja. Aber irgendjemand muss sie doch identifiziert haben. Nein. Von uns hatte niemand die Kraft dazu. Soll das heißen, keiner von euch hat die Leiche gesehen? Ganz genau. Wir waren uns damals alle einig, dass wir sie so in Erinnerung behalten wollten, wie sie war. Und deswegen glaubst du, deine Mutter könnte noch leben? Ich weiß selbst, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Aber ist es deswegen unmöglich? Danke, dass Sie kommen konnten. Ich hoffe, das wird unser letztes Treffen. Ich will endlich meine Ruhe. Die werden Sie haben. Ich muss nur noch eine Sache erklären. Wenn ich Ihnen helfen kann. Ganz bestimmt. Was soll das? Mutter. Dasselbe Mal. Jetzt kannst du es nicht mehr leugnen. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich hoffe, Graf Lahnstein hat meine gute Reise. Waren Sie schon mal in Singapur, Justus? Nein, ich reise nur in Länder, in denen ich die Speisekarte lesen kann. Besuch von Ihrer Frau Gemahlin. Ah, wer ist es? Ein Geschäftsfreund nehme ich an. Mein Sohn mag Sie. Darauf können Sie sich was einbilden. Das ist ja der Papa. Na, wie war deine Reise? Ausgezeichnet. Hoppe, hoppe, Reiter. Wenn er fällt, dann schreit er. Es gibt nicht viele Geschäftsfreunde, mit denen Hannes so gut kann. Fällt er in den Graben? Nein, nicht. Fressen ihn die Raben. Ein überraschendes Wiedersehen. Es war mir ein dringendes Bedürfnis. Ach, äh, Schatz, kümmerst du dich um unseren kleinen Liebling? Mhm. Reizende kleine Familie. Was waren Sie? Soll es ein Witz sein? 1,5 Millionen. Selbst ich kann nicht zaubern. Zum letzten Mal. Ich gebe Ihnen 24 Stunden. Großzügig. Es wäre doch schade, wenn der kleine Hannes für die Fehler seines Vaters büßen müsste. Schönen Tag noch. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist denn, was du machst? Was ist denn, was du machst? Ja. Ja, richtig. Dann kannst du jetzt ja den Fuß aus der Tür nehmen. Oh. Hier. Warte! Das wird ja auch besser. Dankeschön. Gut gemacht, Liftboy. Komm endlich zur Vernunft. Sebastian hat es nicht geschafft, mich zu überzeugen. Wie kommst du auf den Gedanken, dass es ausgerechnet dir gelingt? Du hast deine eigene Schwester ins Gefängnis gebracht. Ja. Richtig. Und sie weiß auch ganz genau, was sie tun muss, um da wieder rauszukommen. Du willst also, dass Sophia ohne ihre Mutter aufwächst? Was ist denn mit Carlas Mutterliebe? Alles, was sie tun muss, ist mir die Holding überschreiben. Und schon kann sie sich wieder voll und ganz um ihr Kind kümmern. Du... Oh Gott, mir wird es so komisch! Für Gottes Willen! Die alte Schachtel! Kaum sagt man mal die Wahrheit, fällst du um! Ja! Oberkampf! Schön, dass Sie es einrichten konnten. Sparen Sie mir den Schwachsinn, ja? Nehmen Sie das Geld und verschwören Sie. Moment. Zufrieden? Schönen Tag noch. Ich würde eher sagen, gute Nacht. Man muss mich gelingt haben. Schon wieder. So langsam würde ich mir an Ihrer Stelle Gedanken machen. Hören Sie zu, das kann gar nicht sein. Ich... ich habe die anderthalb Millionen vorhin selbst da... Überlegen Sie sich gut, was Sie jetzt sagen. Alle, die mich bisher verarscht haben, haben es bitter bereut. Jetzt überlegen Sie sich wohl, ob Ihnen Zeit genug bleibt, sich aus dem Staub zu machen. Und wer weiß, vielleicht gelingt Ihnen das sogar. Aber Ihre Familie... Finde ich immer. Und überall. Hier? Hauptsache ich habe mein Geld. Ihr Bluffer großartig, Ansgar hatte die Hosen gestrichen vor allem. Legen Sie nur was oben drauf und ich lasse meinen Worten noch Taten folgen. Nicht nötig. Es reicht, wenn er glaubt, dass es ein Lebensgefahr ist. Ihre Sache. Ich habe, was ich will. Kannst du mir nochmal eben erklären, warum ich dich unbedingt heiraten wollte? Es ist mir gerade entfallen. Ach ja, richtig. Weil ich dachte, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Gott, wie man sich täuschen kann. Ja, ja, Tanja. Du kommst doch ohnehin wieder angekrochen. Bist du sicher? Wegen deiner Blödheit habe ich gerade vor Flucht viel Geld verloren. Kann ja kein Mensch ahnen, dass du so dumm bist, dich auch noch von Elisabeth austricksen zu lassen. Was? Probleme? Hat sich von draußen so angehört? Vielleicht kann ich ja behilflich sein. Das lass mal lieber. Bist du dir sicher? Dabei würde ich netterweise deinen kleinen Ausdruck bei Herrn Oberkampf übernehmen. Wenn du dafür sorgst, dass Carla aus der U oft entlassen wird. Na, sieh mal eine an. Eine kleine Erpressung. Ja. Hab gedacht, dass dir der Ton bekannt vorkommt. Verpiss dich. In der guten Ehe trifft man die wichtigen Entscheidungen gemeinsam. Überleg's dir. Mein Angebot steht. Glaub, dieser miese kleine Paragrafenkacke eigentlich im Ernst, dass ich mich von ihm erpressen lasse. Da gehe ich mal von aus. Wenn er wirklich denkt, dass ich jetzt aufgebe und Carla aus dem Knast hole, dann hat er sich gewaltig geschnitten. Ach, was willst du denn tun, du Genie? Sag mal, kapierst du das nicht, Tanja? Wenn wir jetzt aufgeben und Carla aus dem Knast kommt, dann waren alle unsere Anstrengungen umsonst! Lieber engagiere ich mein Leben lang irgendwelche Bodyguards, die mich rund um die Uhr überwachen! Jetzt reicht es mir aber Ansgar! Ich kann diesen Blödsinn nicht länger hören. Was glaubst du eigentlich, wer du bist, ha? Du spielst nicht nur mit unserem Leben, sondern auch mit dem von Hannes. Ist dir das eigentlich klar? Ja. 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 Und? Ansgar ist nicht drauf eingegangen. Was? Aber er geht doch nach wie vor davon aus, dass dieser Oberkampf das Geld von ihm will, oder? Trotzdem. Moment mal. Ansgar riskiert lieber Hannes Leben, als Carla zu entlasten? Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht hätten wir diesem Typen das Geld doch nicht geben sollen. Nein, 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 nein. Hätten wir etwa riskieren sollen, dass Hannes so was passiert? Nein, natürlich nicht. Aber anderthalb Millionen? Naja. Das stammt ja zum Glück aus Tanjas Privatschatulle. Aber egal. Wichtiger ist jetzt, wie wir Carla da rausholen, wenn Ansgar nicht mitspielt. Ganz ehrlich, siehst du da im Moment deine Chance? Was ist, wenn Ansgar sich absetzt? Dann ist wirklich alles aus. Verdammt. Ich habe Carla gerade erst am Telefon gesagt, dass wir sie so gut wie raus haben. Und jetzt das. Hey. Du klingst so, als hättest du schon aufgegeben. Wir holen sie da raus. Bis dahin muss sie noch durchhalten. Aber Carla ist hart im Leben. Ja, das sieht immer so aus, aber... Und jetzt geht es ja. Ich suche in snow in vain For your food steps trail I have to kiss them With my scarling tears Till I see Komm zu Papa. Na, geht's dir gut? Gott, nochmal, sind sie wahnsinnig. Verzeihung. Mein Besuch kommt gleich. Tut mir leid, Sie müssen zurück. Noch fünf Minuten, bitte! Dann kann ich hier endlich raus. Sie werden sehen. Tut mir leid. Du? Was willst du? Ich gebe auf. Du hast gewonnen. Gut. Gut. Gott sei Dank. Gut. Ich habe es geschafft. War doch klar, dass sie was endlich da rausholt. Ich habe es geschafft haben. Ich habe es geschafft, dass sie wieder begrüßen können. Ich habe es geschafft, dass sie wieder begrüßen können. Danke. Sie möchten sicherlich auf ihre Suite das Abendessen vorbereitet, sobald sie soweit sind. Gut. Gut. Danke, nein. Wollen wir nicht anstoßen? Vielleicht Champagner? Nein, für mich nicht. Wo ist eigentlich Elisabeth? Mama. Da ist die Mama. Da ist die Mama. Da ist die Mama. Ich habe die nicht wieder. Mama. Ja. Nee. Mama. Mama. Ja. Nee. Ich bin wieder da. Mama. Ja. Ich bin wieder da.